Hast du dich auch schon gefragt, welche Route du dir kaufen sollst? Oder welche Rolle zu welcher Route gut passt? Und was ist denn die beste Rolle und die beste Route? Wir schauen uns heute an, welche Routen und Rollen ideal sind für deinen Weg, das Game zu spielen. Also legen wir los. Ich habe das Video aufgeteilt in drei Parts, in drei Arten, wie man das Game spielen kann. Und dementsprechend ändert sich auch ein wenig das Set, was man sich vielleicht als erstes oder als zweites kauft, damit man dann effektiv damit loslegen kann, die Fische rausziehen kann und dass man eben auch noch die Möglichkeit hat, seinen eigenen Stil quasi weiter zu verfolgen. Wir haben einmal den Allround-Angler, der sich das gesamte Game geben möchte. Das heißt, er möchte Spinning betreiben, er möchte natürlich auch Grundangeln betreiben und vielleicht auch ein bisschen Posen angeln. Also in jeden Bereich einfach reinschnuppern. Die Sets oder das, was dieser Angler sich kauft, unterscheidet sich dann natürlich von dem hauptsächlichen Grundangler. Und bei den Grundanglern gibt es dann vielleicht auch wieder zwei Varianten. Wir haben einmal den Grundangler, der sagt, okay, mein Maximum ist der Angler, der vielleicht nur so bis zu den Karpfen angelt, vielleicht irgendwann mal so aus Versehen noch einen Stör mit rauszieht. Das reicht dann aber auch schwerpunktmäßig dann aber, wie gesagt, das Karpfen angeln. Und dann gibt es den Grundangler, der sagt, ich will das Maximum rausholen. Ich will die richtig dicken Brocken rausziehen und dafür spare ich gerne etwas länger. Dann habe ich aber auch das allergeilste Set und ziehe die richtig dicken Dinger raus. Die einzelnen Kapitel sind unten drunter, unter dem Video auch noch verlinkt. Heißt also, wenn du deinen Bereich speziell dir angucken willst, klickst du einfach unter dem Video auf den Timestamp, also die kleine Markierung mit der Minutenzahl und landest genau in dem Part des Videos, dass du genau die Infos für dich bekommst, die für dich wichtig sind. Was alle drei Angelarten gemeinsam haben, ist quasi der Start. Das heißt also, wenn man reingeht ins Game und man startet ganz normal das Game, ist es wirklich empfehlenswert, sich dieses Starter Set, Feeder Angel Set Start zu gönnen. Kostet 149 Silber, auch an den Low Level Gewässern. Und mit 149 Silber steht man wirklich gut da. Man hat eine solide Route, ein solides Set, mit dem man wirklich gut die ersten paar Level überstehen kann, ordentlich schon gut in den Drill gehen kann und seine ersten Erfahrungen eben damit macht. Und darauf basierend eben richtig gut oder damit mit diesem Set eben richtig gut Silber wiederum verdient, um sich dann etwas Hochwertigeres zu gönnen. Man kann das Set gut verwenden bis hin zum Brassenangeln an der alten Festung, also bis über Level 12, 14, 15, 16 hinaus und damit dann, wie gesagt, richtig gut Silber verdienen. Also es funktioniert. Natürlich sollte man im Laufe der Zeit hier vielleicht mal eine etwas bessere Schnur verwenden. Diese Kleinigkeiten habe ich jetzt in den Berechnungen alle nicht mit drin. Das heißt, wenn man sich das jetzt alles zusammenrechnet, das heißt, man kauft sich über die Zeit hin dreimal dieses Set, liegt man bei 447 Silber. Da sind dann natürlich jetzt nicht vielleicht ein Upgrade der Rolle drin, dass man die mal ein bisschen verbessert, um eine Stufe übrigens nur diese Rolle, oder dass man hier die Schnur sich verbessert. Also diese Preise sind da natürlich nicht drin, aber der Basispreis von diesem Set, dreimal gekauft, wären halt 447 Silber. Und wenn man das zusammen hat, hat man wirklich ein richtig gutes Basisset, mit dem man an ganz vielen Gewässern ganz easy eben auch die Brocken rausziehen kann. Was sich da wirklich empfiehlt ist, ganz, ganz viel Zeit mit diesem Set am Windenbach oder am Moskito zu verbringen. Und da, wie gesagt, erstmal die Basics lernen. Hatte ich übrigens auch in den Tutorial-Videos schon erklärt. Lieber da viel Zeit verbringen und da viel Silber machen. Und da dann auch mit der Zeit seine Berufe noch skillen. Heißt also Futterherstellung, Köderbeschaffung, das alles in dem Bereich skillen. Und wenn man dann so weit ist, dass man das schon auf einem gewissen Punkt hat. Wie gesagt, verlinke ich ja nochmal in dem Tutorial-Video. Dann erst weitergehen zur alten Festung und dann halt auf die etwas größeren Brocken gehen. Also wie gesagt, dieses Set ist für alle drei Angelarten eigentlich der richtige Weg, dass man da direkt reingeht. Ich würde es mir, glaube ich, selbst kaufen, wenn man sagt, okay, ich möchte einen Account machen, der nur Spinning macht. Vielleicht holt man sich dann nur ein oder zwei von diesen Sets und angelt dann mit dem, was man hat, noch ein bisschen weiter. Und spart danach quasi auf das sogenannte Belaya-Set. Auch das verlinke ich nochmal. Das heißt also, wenn man dann nur Spinning machen möchte und sagt, nee, Grundangeln, das Plumpsangeln ist gar nicht meins und Pose, Katastrophe. Heißt also, auch das ist eine Möglichkeit, wobei eben dieses Belaya-Set eben auch erst ab Lasse 12 zu nutzen ist. Und bis dahin muss man ja auch ein bisschen Kohle machen. Und das ist schon auch eine gute Möglichkeit, damit ratzfatz eben auch Geld zu verdienen. Kommen wir also zum ersten Set. Also das erste Set, was man sich kaufen kann, wenn man das Basisset schon gekauft hat, wenn man seine Kohle verdient hat und sich dann sagt, okay, ich möchte zwar auch noch was anderes machen als nur Grundangeln, aber ich möchte auch mal ein bisschen dickere Brocken rausziehen. Mit diesem Starter-Set bin ich jetzt am Limit. Sobald dann ein dickerer Amur reingeht, eskaliert das Ganze. Das will ich nicht. Ich will aber auch zwischendurch ein Set haben, was ich vielleicht mal ein bisschen umbauen kann. Das heißt, ich nehme die Rolle darunter und packe sie mir auf meine Spinning-Rute drauf, damit ich da vielleicht am Koori auch noch schleppen kann. Das Set steht hier schon bereit. Heißt also, mit diesem Set würde das Ganze funktionieren. Wir gehen da mal in die Details. Wir haben hier als Allround-Set der zweiten Stufe sozusagen nach dem Feeder-Set-Start die Route Phantasia FD410, eine Rute, eine Fiederrute mit 14 Kilo Tragfähigkeit. Warum geht man als Allround-Angler vielleicht erstmal über den Weg der Fiederruten? Weil man, wenn man eben viel Zeit im Spinning verbringt, lange, lange Zeit eben nicht auf die 60% kommt im Grundangeln. Wenn ihr sagt, ich mache Grundangeln oder ich will einen Allround-Angler machen, der auch gerne eben Grundangelt oder du hast die ganze Zeit erstmal Grundangeln gemacht, du willst später erst ins Spinning gehen, dann kann man auch den zweiten Schritt gehen. Heißt also, dann kaufst du dir besser das nächste Set, was halt im zweiten Schritt jetzt gleich vorgestellt wird. Wenn du aber alles halt von vornherein machen willst, du willst ein bisschen Spinning machen am Belaya, du willst hier, wie gesagt, ein bisschen Grundangeln, auch mal auf ein bisschen dickere Brocken, dann ist das, glaube ich, ein ganz vernünftiges Set. Einfach auch in Kombination, wie gesagt, hier mit der Fiederrute und dann eben hier die Titan Sputnik oder Sputnik Titan 8000. Gehen wir mal hier rein in die Rolle. Da ist das Gerät. 13 Kilo Bremskraft hier drauf. Nicht zu verbessern übrigens, also das ist mit 13 Kilo eben am Limit. Und das heißt, das bleibt dann auch so, wie es ist. Der Vorteil hier bei dieser Rolle ist, man kriegt, man bekommt sehr, sehr viel Schnur drauf. Ich habe jetzt hier bei diesem Set eine Mono-Schnur verwendet, 0,35 stark. Und hier gehen sogar 390, theoretisch 390 Meter von drauf. Wir haben natürlich nur 300er Spulen hier. Das heißt also, hier sehr, sehr viel Schnurfassungsvermögen. Wir könnten hier natürlich theoretisch auch eine etwas dickere Schnur nehmen. Man kann sich durchaus hier vielleicht auch eine 14 Kilo Schnur nehmen und dementsprechend dann aber ein dünneres Vorfach. Das ist absolut wichtig, wenn ihr euer Set zusammenbaut. Achtet da drauf, dass ihr natürlich von der Tragfähigkeit, dass ihr immer so einen Schwachpunkt habt. Und der Schwachpunkt sollte unter der Tragfähigkeit der Rute sein. Absolut entscheidend, damit euch nicht die Rute kaputt geht oder auch irgendwann vielleicht die Rolle, wenn ihr das komplett übertreibt. Also im schlimmsten Fall, wie gesagt, also man baut quasi immer einen Schwachpunkt ein, damit dann vielleicht das Vorfach nur abreißt und sonst nichts Schlimmeres passiert. Also das wäre jetzt hier das Set, was man dann eben auch gut verwenden kann, wenn man sagt, okay, ich mache halt den Allround-Angler. Ich baue dann vielleicht irgendwann mal die Titan Sputnik, die Rolle ab und baue sie dann auf eine Heavy S80XH zum Beispiel. Das heißt, diese Ruten werden immer wieder auch genommen, die sind relativ kurz, werden immer wieder ganz gerne genommen, einfach hier auch zum Schleppen. Sie haben tatsächlich anfangs oder für den Anfangsbereich ganz interessante Werte, wobei man die tatsächlich eigentlich nur fürs Schleppen verwenden kann. Das Wurfgewicht ist katastrophal. Heißt also, wenn man quasi im Boot sitzt, man fährt vorwärts, lässt den Köder nahezu fallen, lässt ein bisschen Schnur treiben, dann kann man die eben auch ganz gut verwenden fürs Schleppen. So sind die eigentlich für nicht viel zu gebrauchen, diese Ruten. Aber alleine fürs Schleppen und mit diesem Wurfgewicht könnte man die tatsächlich ganz gut verwenden, eben auch am Koori. Oder man spart sich das Ganze, geht natürlich erstmal direkt schön über das Belaya-Set und danach geht man dann weiter auf zum Beispiel die Karma Mächter und gönnt sich dann lieber das Gerät und zwar die Karma Mächter SF78mH bis zu 20 Kilo Tragfähigkeit. Das heißt, da sind wir dann schon wieder so ausgerichtet, dass wir in Richtung Endgame eher gehen und sagen, okay, dieses Teil können wir später auch noch gut verwenden mit einer deutlich besseren Rolle. Allerdings dann eben, wie gesagt, mit dieser Tragfähigkeit und dem guten Wurfgewicht können wir sie dann eben verwenden fürs Angeln zum Beispiel am Yama. Das heißt also, dann haben wir hier schon mal eine Route, die wir dann im Late Game, im Endgame quasi auch schon verwenden können, um da unsere ersten Schritte am Yama zu machen. Das ist halt, wie gesagt, vom Wurfgewicht richtig gut mit 7 bis 30 Gramm. Klappt das schon ganz ganz gut. Und wenn man am Yama so mit einem 15 Kilo Vorfach zum Beispiel rumhantiert, ist das auch komplett ausreichend oder reicht in den meisten Fällen. Es sei denn, man will eben auf die Königslachse gehen. Ja, wie gesagt, das ist quasi das Startset, was eben eine gute Alternative ist, um als Allrounder darauf aufzubauen und dann zu sagen, okay, das ist der erste Schritt. Der nachfolgende Schritt ist dann, wenn man dann sagt, okay, jetzt so langsam brauche ich mal ein bisschen was Stärkeres, wie gerade ja schon im Spinning-Bereich gesagt, einmal diese Alternative. Und dann fürs Grundangeln wäre dann die Alternative die Fortuna Carp. Dann hat man quasi einen Zwischenschritt gemacht, hat sich zwischendurch noch seine Spinning-Routen und so geleistet, hat ein nicht ganz so teures Set gekauft eben hier mit der Phantasia und geht dann im Späteren erst auf die Fortuna Carp. Dann hat man irgendwann mit der Zeit auch die 60% erreicht und geht dann hier, wenn man mal ins Detail geht, auf die Targara, die man eben auch immer noch ganz gut für Spinning verwenden kann. Heißt also, hier ist das der Weg des Allrounders. Man hat eben nicht diesen Schwerpunkt aufs Grundangeln oder nicht den Schwerpunkt auf Karpfen oder wie gesagt auf Störe. Es ist alles machbar, man kann damit natürlich super Karpfen ziehen, man kann damit auch Störe ziehen, aber der Schwerpunkt liegt halt ein bisschen woanders. Das hier ist jetzt mein Karpfen-Set, das verwende ich auch so schon seit langem. Und auch das funktioniert natürlich richtig gut. Knappe 40 Kilo Tragfähigkeit, hier mit 26,5 Kilo Bremskraft. Auf der Rolle reicht das auch völlig. Das Schöne einfach hier auch wieder richtig viel Schnur, die drauf geht. Bei einer ziemlich dicken, das ist jetzt hier eine 0,7er Schnur, passen hier immerhin noch knapp 140 Meter drauf. Also reicht komplett aus eben in den meisten Fällen eben auch fürs Karpfenangeln. Das Wichtige ist, um ein Ziel für euch zu haben, habt Preise im Kopf. Das heißt, gebt euer Geld nicht aus für Schabernack, sage ich in jedem Tutorial. Geht nicht so viel Alkohol saufen, Essen kaufen und so weiter und so weiter. Kauft nicht sämtliche Köder, wo ihr denkt, ach ja man könnte mal. Spart euch die Kohlen und habt die Preise im Kopf. Für dieses Zwischenset, also wir haben ja jetzt einmal den Preis sozusagen von dem Starter-Set. Das heißt, das sind 447 Silber für dreimal das Fiederset-Start. Nach dem Fiederset-Start kommen wir mit der Karma Phantasia plus Rolle auf insgesamt 6.820 Silber und 80 Cent. Plus Schnur, die natürlich noch dazu kommt. Das heißt, wir haben hier schon wieder einen Wert von über 7.000 Silber, was ihr halt zusammenangeln müsst mit diesem Set, mit diesem Starter-Set. Bedeutet also, wir müssen mit dem Starter-Set über 7.000 Silber zusammenangeln, damit man sich dieses Set hier leisten kann, was dann halt auch nur ein Zwischenschritt ist. Dazu kommt natürlich dann auch noch das sogenannte Belaya-Set. Das liegt auch so ungefähr bei 800 bis 900 Silber. Das heißt also, in Gänze gibt man einfach oder kann man eben schon sehr schnell sehr viel Silber ausgeben. Und deswegen muss man einfach sparen, sparen, sparen. Ja, kommen wir zum zweiten Part. Der zweite Part ist ja der Karpfenangler, der eben seinen Schwerpunkt oder sein Endgame auch im Karpfenangeln sieht. Das heißt also, man startet ins Game auch hier wieder als Plumpsangler, als Grundangler mit dem Fiederset-Start und geht dann weiter in Richtung der HSV. Kaliber HSV 80 SLC heißt die Rolle. Und weil man ja schon von vornherein nur Grundangeln macht, kommt man sehr schnell dazu, dass man ungefähr um den Levelbereich 20, dass man da eben schon die 60% im Grundangeln erreicht hat. Das ist wie gesagt wichtig. Grundangeln 60% schaltet die Karpfenroute frei. Und das ist wie gesagt das A und O. Wenn man die Karpfenroute freigeschaltet hat, gönnt man sich dann eben auch direkt die Karpfenroute. Man überspringt diese mittelschweren Routen, heißt also die Fiederrouten direkt, investiert auch keine Skillpunkte rein, sondern geht sofort auf die Karpfenrouten und schnappt sich dann auch die HSV als Rolle, was eben eine Karpfenrolle ist. Und diese Karpfenrolle könnte man dann auch noch verbessern. Das heißt, man kann sie aufwerten von der Bremskraft auf 17 Kilo. Und mit diesen 17 Kilo hat man natürlich dann nochmal eine erhöhte Bremskraft, um auch die dicken Brocken rauszuziehen. Riesenvorteil bei dieser Rolle, auch da ist die große Schnurkapazität. Das heißt, wir können hier auf diese Rolle sehr, sehr viel Schnur draufpacken. Ich habe jetzt hier gerade eine relativ dicke 0,45 Millimeter. Hier passen noch über 200 Meter Schnur drauf von dieser 300 Meter Spule. Also das passt richtig gut. Ich habe das jetzt hier mal beispielhaft zusammengebaut. So kann man das Set ganz gut angeln. Wir haben hier natürlich jetzt die Fortuna Carp als Karpfenroute überdimensioniert zu dem anderen Set. Wir richten jetzt aber nicht unser gesamtes Set anhand dieser überdimensionierten Route aus, die ja eben auch fürs Endgame noch gedacht ist, sondern eher anhand der Rolle, denn hier ist halt unser Schwachpunkt. Irgendwann macht dann irgendwann auch mal die Rolle schlapp, wenn wir hier mit einem 40 Kilo Setup rumhantieren würden. Das heißt also, wir passen unser Setup ungefähr der Rolle an. Mit einer 19 Kilo Monoschnur sind wir da ganz gut unterwegs. Dann habe ich hier einen Ledcore von 18,1, beziehungsweise auch das Vorfach, habe ich eben auf 18,1 gewählt. Und damit ist man mit diesem Set richtig gut unterwegs. Man kann halt schön in den Drill gehen. Man hat wie gesagt ausreichend eine Schnur dafür und kriegt die Brocken dann trotz allem ganz gut reingezogen. Also wichtig nochmal, die Route kauft ihr mit 60% im Grundangeln und habt damit schon den ersten Part fürs Endgame erreicht. Was man hier nochmal dann ändert, ist die Rolle. Das heißt hier gehen wir dann, wenn wir genug Silber zusammengefarmt haben, in Richtung Karpfen Endgame. Und da empfiehlt sich tatsächlich dann nochmal eine deutlich bessere Rolle zu verwenden und zwar die Beluga Megara. Da gehen wir mal eben kurz rein. Hier ist das gute Gerät, sieht ganz ähnlich aus wie die HSV. Das ist eben auch mit diesem großen Spulenkopf, wo richtig viel dicke Schnur drauf passt. Also eine klassische Karpfenrolle. Kurbelt relativ langsam, konstant langsam ein, hat aber auch ausreichend Power. Und das Schöne ist bei der Megara, es ist auch noch eine 5-Sterne-Rolle. Das heißt dementsprechend ist der Verschleiß recht niedrig. Wir haben 25 Kilo Bremskraft hier maximal. Auch das reicht völlig aus. Und damit kann man dann eben ganz entspannt die Brocken rausziehen. Auch da natürlich, ihr seht es hier schon, der wichtige Punkt, wenn ihr sowas als Ziel habt, habt auch das Ziel preislich im Kopf. Hatte ich im anderen Teil ja auch schon gesagt, sparen, sparen, sparen. Habt einfach diese Werte im Kopf, wann ihr mit welchem Levelbereich wie viel Silber erreicht haben solltet oder im Idealfall habt. Gebt also nicht das Geld aus fürs Alkohol trinken, für irgendwie einen Blödsinn, irgendwas essen oder sowas. Oder für Kunstköderherstellung oder weiß der Geier was. Es gibt so viele Möglichkeiten im Game, sich ablenken zu lassen, von dem eigentlichen Ziel, ein besseres Set zu bekommen, dass man da eben ganz schnell dabei ist, unnötig viel Silber auszugeben. Fassen wir mal eben zusammen. Für den Karpfenangler kommen wir dann also auf einen Wert von 447 Silber. Natürlich wieder für das Starter-Set. Danach geht es weiter mit 8654 Silber für dreimal die Rolle, also die HSV-Rolle. Und dazu kommen dann ja noch die 3 Fortuna Carb. Die 3 Fortuna Carb liegen dann zusammen bei 5037 oder sagen wir mal 5038 Silber. Und damit sind wir dann in Gänze bei 14.140. Ich runde es auch mal auf. 14.140 Silber plus Schnur und Schnickschnack. Bedeutet also, das wieder im Kopf haben, wie viel Silber muss ich mir zusammensparen um ein Set zu haben. Wie viel Silber brauche ich insgesamt, um das gesamte Set zu haben. Und das ist halt wahnsinnig viel. Deswegen ist das Sparen das A und O. Ja, der dritte Part ist eigentlich ähnlich wie der zweite Part. Der dritte Part richtet sich aber vielleicht noch eher an Leute, die sagen, okay, ich möchte noch länger sparen. Ich halte das aus. Ich hole mir schon richtig gute und Endgame-taugliche Rollen im zweiten Schritt. Dafür muss man allerdings auch noch mal deutlich länger sparen. Ich habe das mal zusammengerechnet. Wenn man sich zum Beispiel die Beluga Narga 8000 kauft, die eine sehr, oder ich sage mal, eine sehr gute Bremskraft hat, aber eben noch ein viel, viel besseres Getriebe hat. Das heißt, das ist eben für Angler, die tatsächlich auch mit dem Getriebe angeln wollen. Das heißt, man macht mal die Bremse zu, geht hart damit ans Limit, was natürlich auch wie immer das Risiko birgt, dass man sich die Rolle schrottet. Wer in diese Richtung gehen will, sollte das vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung machen. Dann kann man das Ganze natürlich auch mit so einer Narga 8000 machen, die wie gesagt mit über 44 Kilo an Getriebekraft, die kann man natürlich auch richtig hart am Limit dann angeln. Kann man machen, ist aber wie gesagt ein ganz gefährlicher Weg. Auch da muss man beachten, wenn man sich diese Rolle kauft, dreimal plus dann hier vielleicht die Fortuna Carb dazu. Man landet insgesamt dann bei fast 16.000 Silber, die man zusammensparen muss. Es ist ein Weg, wie gesagt, den man gehen kann. Es ist aber auch ein sehr risikoreicher Weg. Meine Empfehlung ist es in der Regel nicht, weil es wie gesagt gerade für Anfänger im Game einfach sehr, sehr schwierig ist zu handeln. Und da passieren einfach ständig auch diese kleinen Fehler, dass man vielleicht mal irgendwie einen Schritt zu viel macht oder man erkennt nicht, ob der Fisch mal wieder den Kopf zur Seite reißt, dass er vielleicht mal eben doch noch hart im Drill ist und knack macht es dann ratzfatz und die Rolle ist kaputt. Nichtsdestotrotz ist das eben durchaus eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich spare einfach noch länger fürs Grundangeln oder beim Grundangeln, kaufe mir dann die Fortuna Carb und später dann eben dann nochmal dreimal die Naga 8000 dazu, um dann wie gesagt ins Endgame damit auch schon gehen zu können. Auch die kann man später richtig gut noch verwenden. Sensationelle Rollen, sowohl für Spinning, die kann man auch gut noch beim Schleppen verwenden und so weiter und so weiter. Also das sind wirklich richtig gute und auch strapazierfähige Rollen. Der andere Weg wäre nach wie vor, wie im zweiten Weg, über die HSV zu gehen und mit der HSV halt so lange zu angeln, bis man sich dann eine Venga kaufen kann. Das wäre jetzt das Set in Kombination mit der Venga. Auch da gehen wir mal eben kurz drauf ein. Heißt also, hier hätten wir jetzt einen Karpfen-Set beziehungsweise auch ein Set, mit dem man vielleicht auch durchaus mal auf Störe gehen kann, dass man dann sagt, okay, ich habe hier die Carb, ich habe die Venga dazu, ich habe eine dicke Schnur da drauf. Ich würde sagen, das Ganze bauen wir nochmal eben kurz um. Nehmen wir mal hier eine normale Grundmontage, nehmen dann vielleicht auch das Vorfach runter und nutzen das Ganze dann vielleicht einfach so in dieser Art, klatschen hier noch einen fetten Haken drauf und dann Attacke Vollgas, dass man dann eben auf die dicken Brocken geht. Auch das ist wie gesagt möglich, so kann man das machen. Man ist dann natürlich auch wie gesagt richtig am Limit mit diesem Set und man muss natürlich bedenken, das ist wahnsinnig teuer. Nichtsdestotrotz ist das von den Klamotten her regelrecht oder von den Set-Teilen regelrecht schon Endgame. Hier wie gesagt bei der Route sollte man dann natürlich, wenn man wirklich in diesem Endgame-Bereich ist, irgendwann auch die Routen optimieren. Das heißt, wir gehen hier in die Karpfenrouten nochmal rein und gehen dann zum Beispiel hier auf die Legacy TI, dass man dann hier so einen richtig dicken Brocken hat, wobei man wie gesagt, wenn man in diesem Level-Bereich unterwegs ist, dann weiß man glaube ich auch schon mittlerweile, was man sich selber kauft. Und ja, wie gesagt, da braucht man von mir nicht unbedingt Tipps, zumal ich selbst so gut wie gar nicht auf Störe unterwegs bin. Das wissen die Störe-Angler alle besser. Aber wie gesagt, in diesem Level-Bereich oder bis man da ist, hat man auch schon sehr, 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 sehr viele Stunden im Game verbracht. Und dreimal die Venga zu kaufen, ist natürlich auch nicht zwingend ein Schnäppchen. 98.000, ja, sagen wir mal fast 98.200 Silber für drei Vengas ist natürlich auch da wahnsinnig viel. Aber es ist Endgame und von daher, lasst euch nicht entmutigen von diesen ganzen Zahlen. Es ist wahnsinnig viel und gerade wenn man jetzt sagt, okay, dieses Endgame-Set kostet ja wahnsinnig viel, ihr kommt da ja Stück für Stück hin. Macht euch also nicht madig damit mit solchen hohen Zahlen. Habt wie gesagt diesen nächsten Schritt im Kopf. Was kostet das Start-Set mal drei? Was kostet das nächste Set, wo ihr dann hin wollt? Also entweder in Richtung Titan mit rund 7.000 oder in Richtung HSV-Set dann mit ungefähr 15.000 oder dann wie gesagt, die abgegradete Variante davon wären dann so ungefähr 16.000 Silber. Das kann man alles sich aussuchen. Das kann man Stück für Stück machen und sich erarbeiten. Ihr könnt natürlich auch ganz andere Wege gehen, was die Erfahrung allerdings von ganz vielen Spielern schon mittlerweile gezeigt hat und ich habe schon sehr, sehr viel Feedback auch bekommen dazu. Dieser Weg ist einer, der einfach sehr gut funktioniert und man kommt eben auch als unerfahrener Angler da richtig gut vorwärts. Wenn das Ganze geholfen hat, lasst doch einen Daumen da fürs Video, den Kanal abonnieren. Hilft mir wahnsinnig. Vielen, vielen Dank dafür und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020